Ja, das hat der brandenburgische Ministerpräsident heute Morgen hier bei uns bei Phoenix gesagt. Die offenen Fragen liegen auf dem Tisch der Kohlekommission. Die Probleme sind ausgebreitet. Orientierung wollen wir jetzt versuchen. Professor Eike Weber, den begrüße ich nun in Berlin. Er ist Physiker, Solarexperte und politisch ist er auch engagiert. Er hat für die FDP bei der letzten Landtagswahl in Baden-Württemberg gekandidiert. Schönen guten Abend. Professor Weber, guten Abend. Tja, wann ist denn der optimale Zeitpunkt, um aus der Kohle auszusteigen? So schnell wie möglich? Oh, morgen, ja. Also wir brauchen den Kohleausstieg so rasch wie möglich, denn die Erde steuert im Moment noch immer auf das Hot-House-Szenario zurück. Und wenn das passiert, dann Gnade uns Gott. Auf der anderen Seite könnten wir heute noch die Klimaziele 2020 erreichen durch einen schnellen Ausstieg und danach dann eben weiterhin auf höhere Anteile Erneuerbare zuzustellen. Nur ein Beispiel, die Menge des exportierten Stroms pro Jahr entspricht ungefähr dem Stromerzeugung der schlimmsten Kohlemeiler, die wir also sofort abschalten sollten. Okay, also politisch ist das im Prinzip oder vom gesunden Menschenvorstand ist es klar, sagen Sie so schnell wie möglich raus, es tut uns allen gut. Die Frage ist nur, wie soll das denn vonstatten gehen, sodass nicht andere darunter leiden? Jetzt schauen wir zuerst einmal auf die Strukturen, auf die Arbeitsplätze, auf die Regionen. Kann man das so tatsächlich gestalten, dass die Menschen darunter nicht leiden? Also ich bin erstaunt, dass niemand über die 50.000 Arbeitsplätze gesprochen hat, die in der Solarbranche verloren gingen, als die Regierung sich entschlossen hat, den Zubau von Photovoltaik drastisch abzubremsen. Ich finde es schlimm, über alle verlorenen Arbeitsplätze und Maßnahmen zu tun, um Ersatzarbeitsplätze zu schaffen, sind gut. Aber die Zahlen, die jetzt in der Diskussion sind, 50 Milliarden Ausgleichszahlung, ist wahnsinnig übertrieben. Man kann das billiger haben, meinen Sie? Man kann das billiger, preiswerter haben? Natürlich, 50 Milliarden bei 20.000 Arbeitsplätzen sind zweieinhalb Millionen pro Arbeitsplatz. Und das braucht man einfach nicht. Dazu darin sind ja auch noch Entschädigungen zu bedenken für Kraftwerksbetreiber, die dann auch abschalten müssen. Das Einfachste wäre, den CO2-Preis auf einen richtigen Wert zu setzen, zum Beispiel 50 Euro pro Tonne. Und dann würden die Kraftwerksbetreiber aus wirtschaftlichen Gründen Schluss machen. Das wäre sehr viel einfacher als ein vorgeschriebener Kohleausstieg. Aber das widerspricht natürlich den Interessen der großen Energiekonzerne. Und dazu kommen ja noch diese anderen beiden Punkte. Unter einmal soll der Strompreis ja nicht so teuer werden, sodass wir nicht alle darunter leiden müssen. Das ist in einer Übergangsphase vielleicht. Und alle sagen ja, à la longue wird es billiger mit den Erneuerbaren. Aber jetzt erst mal wird es teurer. Also wie hält man diesen Preis? Das ist nicht einzusehen. Nein? Das ist nicht einzusehen. Die Erneuerbaren sind preiswerter als der augenblickliche Strompreis. Das heißt, je mehr Erneuerbare wir ins Netz haben, umso günstiger kann der Strompreis werden. Aber die Erneuerbaren sind auch subventioniert und werden kofinanziert. Nein, also die Stromgestehungskosten aus Photovoltaik oder Wind sind 5 Cent pro Kilowattstunde. Und unser Strompreis, wie Sie wissen, liegt ja bei 30 Cent. Das heißt also, wir brauchen keine Subventionen mehr. Wir brauchen richtige Marktbedingungen. Im Moment bestrafen wir ja den eigenen, selbst erzeugten Solarstrom mit einer Zulage. Jetzt bleibt aber noch das Argument der Versorgungssicherheit, denn nach wie vor heißt es immer wieder aus verschiedenen Mündern heraus, dass also die Erneuerbaren eben noch nicht garantieren können, dass wir jederzeit ganz viel Strom verbrauchen können. Ja, wir sind in einer Transformation. Und bis heute können wir sagen, dass auch dieser schnelle Zubau der Erneuerbaren absolut verkraftbar ist. Und das wird auch in Zukunft so sein. Natürlich muss man etwas tun, Stichwort intelligente Netze, Stichwort Lastmanagement, Stichwort Speicher natürlich. Aber insgesamt und technisch wissen wir, was zu tun ist, um Richtung 80 Prozent, 100 Prozent Erneuerbare zu gehen. Und auf Dauer werden die Kosten dadurch stabilisiert. Denn heute sind wir noch abhängig von Öl- und Kohlepreisen und Gaspreisen. Und die Preise von Erneuerbaren, die kennen wir heute schon für die nächsten 30 Jahre. In den Erneuerbaren liegt die Zukunft und das Geld dann eher dort hineinstecken. Das sagt Professor Eickel Weber, Physiker und Solarexperte. Danke dafür nach Berlin. Vielen Dank für die Chance.